Hey Knus, was geht bei euch ab? Erinnert euch noch an früher, da habe ich jeden Sonntag solche Infovideos gemacht. Also so mit der Kamera rumlabern oder irgendwas vom Greenscreen. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal wieder eins, weil wir schon ewig keins mehr gemacht haben. So ein bisschen Schwätze, von Angesicht zu Angesicht. Nun ja, ich habe eine Message. Wir haben was vor, jetzt im Februar. Der Februar bricht ja jetzt bald an. Ich habe einen Heiligenschein, alter Verwalter. Und da habe ich ja dann Zeit. Also mehr Zeit, weil ich Semesterferien habe. Und wir dachten uns, in diesen Semesterferien könnten wir vielleicht die Twitch-Partnerschaft knacken. Wir haben es letztes Jahr ja schon mal versucht. Ich glaube sogar um die gleiche Zeit. Da war aber alles noch so ein bisschen undurchsichtiger. Also was man dafür braucht, um genommen zu werden. Da hieß es dann mindestens 200 Zuschauer im Schnitt. Und das war schwierig. Also wir hatten damals zwei im Schnitt über 100. Aber trotzdem hat das nicht gereicht. Jetzt hat Twitch sich was ganz anderes überlegt oder was Neues. Es gibt da ja seit kurzem diese Achievements. Und mit diesen Achievements ist es einem möglich, zumindest zu sehen, was man wohl braucht, um aufzusteigen. Also um die Affiliate-Partnerschaft zu bekommen und eben auch die normale Partnerschaft. Und es braucht drei Dinge. Und zwei von diesen drei Dingen haben wir bereits schon. Da ist übrigens das Büro da, das Grüne da. Das ist das Büro da. Hey, das ist total kindisch, ne? Mann. Ja, wie gesagt, zwei Sachen sind eben bereits erledigt. Also das eine ist irgendwie an x Tagen muss man streamen. Das hängt von mir ab. Das kann ich machen. Also das ist ja bei 12 verschiedenen Tagen oder irgendwie sowas. Pille Palle. Und das andere ist die Zeit. Man muss mindestens 30 Stunden streamen oder sowas. Auch gar kein Problem. Das kann ich ja machen und regulieren, wie ich das möchte. Das liegt ja an mir. Nur der dritte Punkt ist im Moment der Punkt, an dem wir so ein bisschen strugglen. Und zwar brauchen wir im Schnitt 75 Zuschauer für mindestens einen Monat lang. Die Sachen zählen alle für die letzten 30 Tage und so weiter und so fort. Und ja, 75 Live-Zuschauer ist im Moment gerade schwierig für uns. Wir sind im Moment im Schnitt eher 40, Leute. Manchmal gehen wir auch auf die 50 und 55 zu. Aber im Schnitt sind wir doch eher 40 oder wenn es... Wir sind optimistisch und sagen 45. Das heißt, es fehlen aber immer noch 30 für die 75. Und es muss im Schnitt mindestens 75 sein. Das heißt, es wäre besser, wenn wir 76 wären oder 80. Und jetzt kommt eben meine Frage oder Bitte an euch. Können wir das schaffen? Kommt ihr mit? Macht ihr mit? Also erstmal zum Wichtigsten. Wir streamen jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Und jeden Freitag ab 21 oder 22 Uhr. Je nachdem, wie ich dazu komme. Die letzten paar Freitage waren es eigentlich immer erst so ab 22 Uhr oder halt kurz davor. Mit diesen drei Tagen die Woche haben wir diese 12 Tage schon mal easy geknackt. Und falls da doch noch was fehlen würde, kann ich ja auch einfach noch einen Tag dranhängen. Also einfach so, hey, random streamen und dann haben wir das schon im Sack. Die Zeit passt auch. Ich kriege auch immer angezeigt von Twitch, dass wir nur noch die 75 brauchen, um für die Partnerschaft applyen zu können. Also um nachfragen zu können, ob sie uns nehmen möchten. Ich habe mir jetzt nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, wie wir das erreichen können. Ich denke, das Einfachste wäre natürlich, wenn ihr versucht zu kommen. Also wenn ihr am besten so viele wie möglich versuchen, bei den Streams zu sein. Ihr müsst auch nicht zwingend aktiv dabei sein. Es reicht vollkommen, wenn ihr es auf dem Handy oder auf dem PC oder auf dem Tablet anmacht und laufen lasst. Schön auf 160p, dass euch das Internet nicht so in die Knie geht. Also wenn ihr es einfach so laufen lasst. Nicht, dass ihr euch irgendwann fragt, warte mal, warum ist alles so langsam? Und dann müsst ihr euch das doch eigentlich irgendwie gebacken bekommen. Ich weiß nicht, ob man die Streams doppelt laufen lassen kann. Und ich will auch nicht betrügen. Ich will auch nicht, dass mich jemand bottet oder sowas. Bitte macht das nicht. Ich will einfach versuchen, ob wir das zusammen jetzt schon schaffen können. Also diese Partnerschaft zu erreichen. Diese 75 Live-Zuschauer. Für alle, die alle schon länger dabei sind. Ich weiß, wir hatten es schon easy im Sack. Ich weiß nicht, warum wir auf einmal weniger geworden sind. Ich habe mich meines Wissens nicht verändert. Ich habe nichts am Content verändert und so weiter. Wir haben einfach über 2017 ungefähr 40, 50 aktive Zuschauer auf Twitch verloren. Viele haben mir auch geschrieben, hey, ich kann nicht mehr, weil oder biebapo. Aber die meisten sind einfach verschwunden. Wie gesagt, ich habe mir dafür jetzt auch noch keinen Masterplan überlegt. Also so von wegen, wir machen das easy, so und so. Ich will mich da auch nicht rein verkrampfen und sagen, wir müssen das jetzt schaffen. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Und wofür brauchen wir das Ganze überhaupt, fragt ihr euch jetzt. Tja, ganz einfach. Meines Wissens kann ich dann, und das ist das Coolste, ganz viele Emotes machen. Nicht nur drei für den einen Sub, für den zweiten und für den dritten. Sondern ich kann viele Emotes auch schon für den allerersten Sub einfach so rauskloppen. Dass ihr endlich alles Mögliche machen könnt, bereits mit dem normalen 5-Dollar-Sub. Und nicht auf dieses 25-Dollar-Subscription-Ding gehen müsstet. Ich weiß, wie gerne ihr die Emotes macht und was sich da auch schon für ein Kult drum entwickelt hat. Ich will, dass es dann noch viel, 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 viel mehr Emotes gibt. Und ich glaube, das ist so der Punkt Nummer 1. Warum? Die Partnerschaft an sich bringt, glaube ich, noch einige andere Dinge mit. Man kann, glaube ich, die Qualität noch etwas höher stellen. Man kann Werbung schalten, wobei das jetzt in unserem Fall eher irrelevant ist. Also ich weiß nicht, wann ich Werbung schalten sollte, wenn ich aufs Klo gehe vielleicht. Dann könnt ihr euch Pampers-Werbung angucken. Aber, ja, das ist auch finanziell gesehen nicht relevant. Ja, ihr wisst ja, da bin ich offen. Und das ist bei den paar Zuschauern, ist das, ja, naja. Ja, Kleinvieh macht auch Mist, hey, auf jeden Fall, das stimmt schon. Aber wir wollen ja streamen und nicht Werbung gucken. Von daher, ja, ist das kein so wichtiger Punkt. Natürlich ist es auch einfach ein großer Schritt, weiterzukommen, endlich. Und ein größerer Greenspreen zu kaufen, ja. Naja, also das ist auf jeden Fall ein Schritt, den man auch so erreichen möchte irgendwann. Also einfach so karrieretechnisch, wenn man sagt, hey, die Partnerschaft ist da, das ist doch auch schon mal was. Schön. Wir sind ja schon halber Partner, ich weiß. Aber da sind wir voller Partner. Dann können wir sagen, die Dumbabla sind wieder einen Schritt weiter an der Weltherrschaft dran. Und vielleicht öffnet es uns auch noch weitere Türen. Also im Moment haben wir ja schon eine ziemlich geile Tür geöffnet, und zwar die bei Skinbaron. Da kann ich eigentlich jeden Monat, und das mache ich im Moment ja auch schon seit drei oder vier Monaten, ein Knife raushauen. Natürlich könnte ich dieses Sponsoring von Ihnen auch anders verwenden. Also einfach praktisch zu meinem Vorteil, what the fuck, die Wand ist voll verkratzt. Guckt euch das an. Wisst ihr, was das für ein riesiger Kampf war, so eine Wand anzumalen in dem Kackbraun? Hasi, sei ehrlich, wachst du das? Sei bitte nicht so unehrlich zu mir. Wachst du das? Hast du das mit der Wand gemacht? Ich sehe es in deinen Augen, dass du mich gerade anlügst, Hasi. Ich lasse es dir gerade nochmal durchgehen, ihr Fräulein, aber das kann auch mal eine Rüge geben. Gell, das kann mal eine Rüge geben. Oder warte, dass ihr ihr bangt habt. Hat ihr das? Ihr wisst ja, wie es ist mit den Tieren, die gehen raus an die Wand, machen sie so kaputt. Super. Das ist im Moment so das Anliegen, darüber werden jetzt noch einige Videos kommen, weil ich euch immer wieder daran erinnern werden muss, dass wir das eben vorhaben. Dass auch jeder Neue weiß, der gerade ganz furcht reinguckt, oh, da ist ein Stream, den ich erstmal gucken kann, auch zu meinem Vergnügen natürlich. Oder eben einfach, den man zumindest laufen lässt, um uns zu unterstützen. Das klingt ganz schön assig irgendwie, das klingt ja schon fast wie Botting. Ja, naja. Von nichts kommt nichts, ich war? Ich weiß nicht, warum? Und wisst ihr, was ich euch jetzt noch zeige? Die andere Seite vom Greenscreen. Ah, ja, soweit so gut. Ihr wisst Bescheid. Streams jeden Dienstag, jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab, sagen wir 22 Uhr. Ich glaube, es wird immer 22 Uhr. Aber ich versuche auch, dass ich schon früher anfangen kann. Falls ihr jetzt sagt, vielleicht vergesse ich die Daten und kannst du mich irgendwie anderweitig daran erinnern? Ja. Und zwar schreibe ich das immer in die Steam-Gruppe. Da kommen drei Nachrichten. Und zwar einmal steht es in der Gruppe am Anfang drin, in dieser Diskussion, in diesem Gästebuch sozusagen. Und dann gibt es noch ein Announcement und ein Event. Und das müsste bei euch eigentlich aufploppen. Wenn ihr das angeschaltet habt in Steam, dass Events eben angezeigt werden. Dann ploppt es einfach, wenn ihr in Steam Online seid. So blub auf, Livestream, die Dummbabla rasten wieder aus, Knife-Giveaway, Redskin-Giveaway, Blue-Skin-Giveaway und so weiter und so fort. Naja, und um das noch zu erwähnen zu haben, es gibt in jedem Livestream Skins, die für alle zugänglich sind. Also Skin-Giveaways, die alle mitmachen können. Und langsam schläft meine Hand ein. Und des Weiteren hat jeder Twitch-Subscriber wöchentlich die Möglichkeit, bei einem Random-Giveaway mit dabei zu sein. Das wird nicht großartig announced, sondern da wird einfach von mir, beziehungsweise von einem Bot, jeden Sonntag ein Gewinner rausgesucht. Und der wird dann von mir auf Twitch angeschrieben und bekommt dann einfach einen Skin. Da gibt es kein Video, da muss man nicht dabei sein, da gibt es keinen Stream. Das ist einfach so, das läuft von alleine. Und es gibt noch die Twitch-Subscriber-Goals, die wir erreichen. Zum Beispiel, dass wir bei 70 Subscriber, die wir jetzt im Moment haben, dass da ein Knife rausgeht oder ein AWP, irgendwas. Das war es also meistens Redskins, meistens irgendwas Großes. Manchmal auch mehrere kleinere Sachen, also nicht Blue-Skins, aber halt mehrere Purple-Sachen. Aber meistens was sehr Großes, dass ihr da Bescheid wisst. Ja, soweit so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr jetzt direkt sagen wollt, hey Alter, ich mach mit, ich helfe dir total krass mit dem Stream und so, könnt ihr das auch gerne jetzt schon irgendwie mir zeigen und sagen, hey, ich mach mit oder sowas. Wir sehen uns dann am Dienstag. Der zählt noch für März, ne? Scheißegal. Da können wir auch schon mal 1000 Leute haben, macht mir nichts aus. Baba!